Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Feuerrot mit Polken, Laika und das Mäxler. Was macht eigentlich die Glatze da? Jetzt ist er weg. Ich habe gerade ein Typ mit Glatze. Haben wir eigentlich mittlerweile schon mal wieder DJs genett gesehen? Nein, leider nicht. Heute gehen wir mal, beziehungsweise diese Folge. Wir gehen auf die Safari-Tour mit zu Trich. Wir gehen auf die Safari! Jetzt halt auf mich, ich warte mal. Du darfst langsam laufen. Machst du? Da steht sogar die Stritte, die man oben frei hat, Max. Oben links. Wir sollen vielleicht dachten, wir gehen selber suchen. Ja, Sichlor, 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 Sichlor! Nein, dann fange ich einen Nidoran weiblich. Weiblich, wie? Ja, er hat einen Chirurg zum Schwimmen. Toll, ich habe einen Nidoran weiblich gefahren, das habe ich schon. Nidorino! Wo ist der Surfer? Wo ist der Niko? Ja, das dauert schon noch ein wenig. Ich würde da jetzt mal angeln. Wo ist der Surfer und wo ist der Niko? Lauf mir einfach hinterher. Niko weiß eh nichts. Ja, genau. Hey, du hast doch gesagt, das Weibliche ist selten, gell? Nee, geil. Nein, not the fuck. Wo ist Männliche was selten? Eins von beiden was selten. Ein Reborn, ein Reborn! Wo ist der Surfer? Dauert schon noch ein wenig. Ein Goldini, Alter, was will ich mit dem? Das habe ich schon getauscht bekommen. Doch, komm, jetzt flieh das Scheißdrexing auch noch. Ach, mir ist bisher jedes Flieh beim ersten Mal hier lohnt. Nee. Ah, gut. Dann kann ich mir ein Nidor King auch noch machen. Ich will zum Surfer, ich will zum Surfer, danach können wir erst. Wir können auch erst. Ja, wir brauchen vielleicht 300 Schürtel. Ja, ich hab Dratini, Dratini, Dratini. Du brauchst. Äh, 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 Ball. Oh, Pokémon Brocreen. Watching carefully. Weil ich weiß schon, dass das selten ist. Nee, egal. Oh, jetzt ist es geflohen. Oh. Wir wollen Dratini. E-di-ding. Uhh, äh, kocht Impfungen? Ah ja, es gibt einen … Es gibt hier einen Trick, die ganze Safari Dinger zukommt. Aber da braucht man jetzt zuviert und stimmt. Was? Es gibt einen Trick, die Safari Zonen Bücher, äh, Bien peleorten zufangen. Emil gehörts? Keine Ahnung. +, sonst ging das schon? Ja, okay ich hab nen Goldenini. Boah, ich krieg Faulk Brau olho undsin Александr. Was soll das? Ich schau mir einen Rihon, das ist gut. Ich will endlich einen Rihon, ja? Nur noch 23 Bälle. Ich hab nur noch... Du hast sogar weniger als ich. Geht'n das? Ich hab noch... Jetzt hab ich noch 23... Ja, ich hab einen Rihon! Du kriegst einen Rhinoceros mit Tausch, oder? Was? Rhinoceros? Rhinoceros? Ich verlasse euch jetzt. Ist mir zu doof. Wieder ein Dratini. Ach, du bist ein Homo. Wieder männlich. Nicht gefangen. Gibt's hier denn auch... Gibt's doch auch P-Z-Zökel? Ja, was zeigt denn? Fang jetzt! Ja, jetzt fangen! Ja, das ist es wieder... Nein, 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 nein! Wo seid ihr hin? Wir sind auf die Rechtsseite der Macht. Der hat einen Clue da, von deinem Kumpel dabei. Der gibt's auch O-Weiß. Full-Restore, ja. Klar. Oh Mann, jetzt hab ich's auch so gesehen gefangen! Boah, boah. Ist doch cool. Ich wollte es gar nicht fangen. Ja, dann hast du es wenigstens in deinem Pokédex, ne? So wie... Wie Horn... Äh... Weiterentwicklung gleich. Ich auch. Ja, ich hab' ich vorhin auch schon da gehabt. Nein? 30! Ich meinte es ist 30. Ja, hab's gefangen. Hab's gefangen, meinte es ist 33. Arschloch. Nice, nice. Ich hab' meinte auch gefangen. Mondstein entwickelt sich's weiter, oder? Genau. Ah, ich find die Safari-Zone so cool. Wie viele Schüsse habt ihr noch? 400. Äh... 460. 30. Aua. Ich hab' nur noch 303... Na, okay, gut, die 330. Null. Und wo gibt's jetzt Server? Ich will Server, ich kenn's Server. Ich hab's recht, Server. Wo ist Server? 5,74. Wenn ihr mir einen Nidoran leiblich-männlich fangt, bekommt jeder von euch 50 Euro. Stahlflügel. Tada. Stahlflügel. Ich find die Musik voll. Was seid ihr denn? Ich bin kurz vor dem Surfer. Warum sagst du jetzt zu uns, wo das ist? Ich hab doch keine Ahnung, wo das ist. Ja, ha? Ich hab euch übrigens verloren, ich hab' keine Ahnung, wo ihr seid. Ich... Verdammt, das ist ein Clone. Sag' ich doch. Das kannst du vergessen, dass du es hier so fangst, außer du hast richtig viel Scheißglück. Wie immer halt. Eigentlich fast wie immer. Fast wie immer. Da drüben ist der Max. Was ist das denn? Ja, da muss ganz hoch, geh einfach ganz hoch. Und dann rechts. Ach, das Haus? Ja. Ja. Ja, wow. Ich bin aber nämlich keine... oder vielleicht keine Schritte mehr. Ich kann auch 100 sonst irgendwas gehen. Vor wem bekomm ich das genau? Von den Typen im Haus. Ja, da sind vier Typen drin. Jetzt bist du im falschen Haus. Ich hab'n Rihon gefangen. Ich hab' auch'n Rihon. Ich hab' auch'n Rihon. Entwickelt sich das jetzt mit Tausch? Nein, es entwickelt sich bei Level ab irgendwann. Nein, ich glaub' mit Tausch. Nein, Rihon entwickelt sich bei Level ab irgendwann. Nein, Rihon entwickelt sich bei Level ab irgendwann. Nein, Tausch. Ich hab' Surfer. 100%ig. Das weiß ich. Nein, nein, nein. Hat eigentlich irgendwer auf die Uhr geschaut? Nein. Mir egal. Das ist doch so hässlich, der Ding. Oh nein, jetzt hab' ich im Fall geworfen. Nein. Ja, lauf' ich. Ach, nix, denn Nico. Vau, du musst hoch und dann links den Weg entlang einfach und dann kommst du hin. Wohin denn? Geh hoch und dann... Gab's jetzt in dem Haus-Serfer? Nein, Nico kann bloß nix, deswegen. Ja, du bist halt oben rechts. Du musst da jetzt lang. Und einfach den Weg hinterherlaufen. Sicher? Ja. Ja, ich hab's gesehen und deshalb waren auch die Goldzähne gelegen. Ja, und noch n' Tim. Ich hab' aber grad irgendwie verpeilt, zu gucken, was das war. Betten in dem Haus ist jetzt Surfer. Doppelteam. Wir brauchen Doppelteam. Jol, da ist ein O-Mod. Ne, wie ein O-Mod. Hab's gefangen. Nein, Limon-Mod. Hey, ich glaub' ich geh' gleich noch ne Runde rein, oder? Ja, gehen wir gleich noch ne Runde, oder? Zwei Runden, oder drei Runden, oder? Zwanzig! Ja. Eine Stunde Safari-Zone. Du musst doch... Zeugenlänge. Drei Stunden und 53 Minuten. Ich will jetzt auch schon Dragorini oder Dragoran. Oder Trattini. Da gibt's doch gar nix. Weiter gehen. Wer weiter konnte? Wie schwer ist es nicht, dass es nix gibt? Ein Flaggmann! Ein Flaggmann! Juhu. Bei mir, ich hab' kein Surfer gefunden, ne? Im Haus drin. Du hast zwei Berlin, da muss einfach links drin sein. Dann ist ein Haus da. Und ein Drago... Und ein Drago-Nir! Alter, was haltet ihr für ein Master-Zucker? Wie viele Schritte habt ihr noch? 150. Ich hab' noch vier Stück und ein Drago-Nir hier, Alter. Und ich hab's quagelich als ein Drago-Nir. Das ist ein Spaß, Alter. Weißt du, die Entwicklung von Trattini. Weck mich. Ja, schon. Hast du's auch, ja, oder? Ne. Muss mich dann gleich tauschen. Welches Level? 33. Na, dauert schon nachdem, bis du Drago-Nir noch hattest. Ja, bis 50 irgendwann, ne? 55. Niko, komm mal zu mir, und streich mal lieber. Nein, nein, ich hab' noch viele Schritte. 22 Schritte. Ich angle hier so lange. Ich angle auch die ganze Zeit. Da ist noch ein Pokémon am Haken. Scheiße, ich hab' gleich keine Schritte mehr. Ich kann nix mehr. Doch, ich kann auch angeln. Ja, ich auch. Deswegen bleib' ich ja hier. Jetzt fang' ich ein Goldini. Ich pack's nix. Jetzt schau, das ist das zweite Goldini. Ich hab's die ganze Zeit, Goldinis gefangen, ey. Ich lauf' jetzt hier noch ein wenig rum. Ich kann's ja. Das muss ich freilassen. Ich hab' jetzt eins. Ein Schlurp! Ein Ligti-Dum. Ich hab's nicht gefangen. Aber es ist noch da. Immer noch nicht gefangen. Läuft das auch irgendwie mal die Zeit aus? Das ist der Parizone. Nein. Ne, sind Schritte. Nur die Schritte. Ein Rihuan, das hol' ich mir jetzt auch. Weil mit Tausch geht das nicht. Neues Pokémon. Alter, nur Goldkings. Oh, jetzt hab' ich noch ein Goldking gefangen. Auch so ein Zufall, wa? Ja. Deswegen hab' ich auch das Goldini zugefangen. Das ist halt doof, Alter. Ich hab' auch, glaub' ich, zwei Nidoran weiblich gefangen. Jetzt schon am Anfang. Warte jetzt? Ich will aber noch mal reingehen. Ja, ich auch. Ja, dann gehen wir jetzt halt raus, was? Ich hab' immer noch 91 Schritte. Ja, dann verbrauche jetzt deine 91 Schritte. Danach gehen wir raus. Ja, dann angelt ihr halt noch, schnell ein wenig. Ja. Ein O-Mod. Ich muss jetzt auf der Stelle stehen bleiben, das ist scheiße. Ich erfahr' die Zone ist so toll. Und dann fliehen sie einfach, ey. Das wird ein fliehendes Dorf. Am liebsten möchte ich Horrorblitzen. Ja genau, das war mal der Grund bei dein Smaragd, warum ich mir X was gemacht hab' überhaupt. Dass ich bei Latias oder Latios Horrorblick machen kann. Ja. Hab' ich auch mal, hab' ich auch mal. Außer ich hab's besiegt, dann hab' ich noch mal aus und einschicken müssen. Ich krieg' nur Goldlings. Weil, das war ehrlich gesagt, Latias und Latios war die erste richtige Herausforderung bei Pokémon. Ja. Ach du Holi. Ja, Raikou und so auch. Ja, in Headgold und so. Ja. Ja. Das war aber später erst, wie schon bewusst. Kann jetzt mal irgendwas cooles kommen? Nicht genau Goldini oder Goldling? Es kommt ja wirklich gar nichts anderes. Max, wie viele Schritte noch? 7,40. Ja dann verkauf die mal, Alter, ich will hier raus. Ja, ich bin doch dabei, du Homo. Alter! Nur? Endlich ist wieder ein Pokémon am Haken. Endlich! Golding! Ich krieg' dauer'n Pokémon am Haken. Ja, Pokébelli hatten die ja noch. Wie, Pokébelli? Ja. Keine Ahnung. Ich hab' noch 5 oder so. Ja! Ich brauch' nicht mal, ich brauch' nicht mal einen Versuch, dass irgendein Viech kommt. Aber es kommt nur Golding und Goldini. Haha. Cool. Und zwar brauchen wir deine Schritte. Ja, ich muss, hab' gerade ein O-Wei gefangen. Ja, jetzt wieder eins am Haken. Goldini! Psycho. Ich glaub' ich mach' mir Kokowall. Ja, O-Mods. Ich hab' O-Mods. Glaub' ich vorhin auch schon. Kokowall ist eigentlich gar nicht so schlecht, Franz, für'n Psycho. Ich weiß. Soll' ich nicht auch für mein Team noch dann? Probier eins am Haken. Was ist das jetzt? Probier'n Goldini. Mach' mal ihn. Wer von euch hat jetzt das Dragonier? Ich. Spaß. Ja, mein Gott, das war Zufall. Du hast zwei hintereinander gekriegt. Nein. Du sagst das bestimmt bloß so. Okay. Jetzt weiß' nichts mehr. Jetzt ist wieder eins am Haken. Und ich schau' dann gleich nach der Aufnahme, was, ähm, wenn das Rihorn sich entwickelt für Spasti. Und wenn ich recht hab', dann darf ich dir morgen in die Eier treten. Glaub' ich. Wann sich was entwickelt? Verspreche ich dir. Wann sich was entwickelt? Wenn sich, äh, das Rihorn im Tausch entwickelt, dann darf ich ihm in die Eier treten morgen. Ach so. Okay. Es gibt ne Ausnahme. Es gibt ne Ausnahme. Jetzt kommt er mit den Ausnahmen. Nein, pass auf. Das ist aber dann schon bei Rizeros und zwar, äh, in den neueren Versöllen. Und wenn du das tauschst, dann willst du zu Rihorn ja. Ja, ja, ja. Das weiß wird, glaub' ich, Paul, oder? Ich hab' noch einen Ball. Und drei Schritte. Also ihr könnt eigentlich auch so raus. Ich hab' noch eines. Ja, ich bin draußen. Letzte Pokémon und dann bin ich draußen. Ja, und das letzte Pokémon ist ein Goldteam. Ich bin draußen. Tschüss. Ich auch. Ding, dong. Gleich noch mal. Ich hab' nichts anderes zu tun. Aufnahme stoppen, oder? Ne, weitermachen. Gleich noch mal. Wie lang haben wir denn? Los. Hör rein. Aber es gibt doch so Eben-Dinger. Es gibt an jeder Ebene doch verschiedene Viecher, oder? Ja, schau eigentlich, schau. Ich schau jetzt mal wegen hier, was es hier drin gibt. Komm, wir gehen mal hier nach links. Ach, da geht's jetzt nach links. Ach, was. Was kommt bei euch so? Wo war er schon wieder? Mir kommt nur Blutzuck. Tangela gibt's doch hier auch irgendwo, oder? Ja, hier unten, glaub' ich sogar. Ja. Ja, das will ich mal fangen. Brauch' ich. Nidorina. Oh, ich will kein Weibliches. Hau dir sowieso auf. Ein männliches. Toll, jetzt hat sie's gefangen, aber ich will ein männliches. Okay. In der ersten gibt's ja anscheinend nix. Okay. In der ersten gibt's ja anscheinend nix. Ich denk' die Geilen kommen erst einmal am Schluss. Das ist beabsichtigt. Ja. Ja. Wobei der Paul vorhin beim Anfang doch das Sichler schon hatte. Ja, stimmt. Ja, ja. Und das Rion war halt auch schon da, nochmal so. Ja, Rion hab' ich hier auch tausende hintereinander. Habt ihr, äh, einer von euch hat auch diese Eier gefangen, oder? Welche Eier? Wollte sie, hab ich sie gefangen oder nicht? Das weiß ich grad nicht. Ich hab Oweil gefangen. War das männlich oder weiblich? Das weiß ich nicht. Kannst du das dann mal nachschauen? Kann ich. Weil ich auch ein weibliches und nicht wohl ein männliches. Weil ich das in meinem Team habe, weil die entwicklung. So egal ob weiblich oder männlich. Nein. Das ist nicht. Ich will ein Goyking. Ich will ein Trattini oder ein Tragoran gleich. Noll, Noll. Weiterentwicklung von, äh, Dingster, wie heißt's? Ah, ja. Paras. Parasect war vorhin auch schon, damit er. Das heißt aber hier in dem Fall Parasect. Jaaa, ist doch alles das gleiche. Jetzt fang doch das Scheiß wie ich... Ach, die Safari Zone ist verzogen. Nein, nur zurück die weg. Ob es eine Safari Zone, wenn man es durch hat, dann auch, äh, für der dritten Generation welche gibt? Weiß man nicht. Gib mich mal. Werden wir vielleicht sehen. Ein Pokémon ist am Haken, was dieses Mal kommt. Nein. Goldini, wuuu. Oh, toll, jetzt habe ich den Nidoramen nicht gefangen. Probier. Ja, zum dritten Mal glaube ich schon. Ich will einen fangen und erwische sie nicht. Ich schenk dir eins. Wenn du mir dein, dein Enton gibst. Warum willst du es entern? Weiß ich nicht. Ne, dein Gott ist ein Gäubert. Genau. Weiß die Pokémon, die ich schon habe oder die ich nicht will, die fange ich. Aber die, die ich unbedingt will und nicht habe, die kommen nicht her. Hey, war es nicht früher in der frühen Version? Ja, ich sehe es schon. War es in der frühen Version nicht möglich, hier in der Safari Zone sogar dieser Sam und Blumander das Zeug zu fangen? Nein. What the fuck nein? Nicht in der gelben, nicht? Nein. Nein. Die hast du im Spielverlauf so bekommen. Ach so stimmte, ja. Die hatte ich dann nämlich nicht alle. Aber bei mir kommt nur irgendwelcher Rotz. Geh weg du Rotz. Nico, geh weg. Ach. Ein Dodo. Die fliehen alle, das ist ja voll gemein. Das ist ein Pokerball. Ja, bei mir kommt nicht nur Scheiß. Gangama. In Ernst? Gangaschma. Oder Gangaschan. Schlurp, Schlurp. Schlurp. Das heißt ja Lickitung. Ja, habe ich auch schon mal gekauft. Das hat ja so einen komischen Namen. Nein. Und jetzt ist er schon gefloren. Ist ja langweilig. Max pushen. Enton. Indorina. Ja, ich habe ein Enton. Ach ne, das habe ich ja schon, Leute. Vollidiot. Kannst du einen Max geben, ihr wollt auch eins. Aber das ist weiblich, das ist minderwertig. Oh. 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 Scheiße. Wenn Paul wundert dich nicht, wenn die Folge dann lauter Dislikes. Oh. Ich habe ein Dodo. Du. Freue ich mich gerade mal. Ja, wieder Nidorino. Ich surfe gerade ein bisschen. Surfen bringe ich noch nichts bei. Warum fliegen die zu schnell? Weil das kleine Mongos sind. Oh, Blackmon ist abgehauen. 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 Alles ist gleiche. Hey, da verkauft einer ein Shiny Golpert, Nico. Im Ernst? Wo? Im Chat gerade. Party, ab. Und da hat einer geschrieben, er will ein Team machen. Ein deutsches Team. Er fragt nach. Ja, was würde ich mir zu ein? Tareffen melden. Boah, das Fleckmann haut dauernd ab. Wird das eigentlich angezeigt, wenn man ein Shiny Monster hat? Das sieht man doch. Ja. Nicht immer. Doch. Im meisten Falscher. Im meisten Fall. Nicht immer. Ich kriege wieder bloß Scheiße gerade. Vielleicht auch. Ich hätte nur Entons, weil ich gerade zu erfangen. Ich kriege nur so Nidoran und Nidorinos und Nidorinas. Ich hab mal Nidoran ein Männliches. Letztendlich ein Fleckmann. Ich hab vorhin eins geangelt. Jetzt hab ich's. Sogar ein Männliches, darf ich's sogar behalten. Ach so, möchte ich auch. Das flüchelt jetzt wahrscheinlich... Ne, der ist jetzt schon krank. Ja, hab ich schon krank. Warte. Ja, ich hab dich auch ganz verliebt. Ich weiß nicht, was ich mir rufen. Trotz sind wir heute wieder nett. Da schnapp deine Deutsch... Ach nee, jetzt fängt eine an mit Deutschland. Und fängst gleich mit irgendwas andern an. Ich weiß, was du bei ihnen... Und der andere immer links. Ja, das ist wirklich... Jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Nein... Da verkaufst einer. Das darf nicht. Das darf nicht. Da mir kommt nur raus. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Und das wollen wir, dass man seine anderen Bälle hier nicht verschwenden darf. Ist doch. Oh Gott. Dann würde ich Meisterball aufheben, wenn ich kann Gamma fahren. Dumm. Angenehm. Meier. Bester Spruch. Bester Spruch. Bester Spruch. Den hab ich zum Bader heute auch gebracht. Dann war da wieder beleidigt. Der hat mir heute schon geschrieben, dass ihr ihn gemobbt habt. Ich hab den so geil verarscht. Der war auf dem Klo und ich hab... Und der hatte... Die Tasche. Und ich hab die Zigarettenschachtel raus. Dann herrasch, dann herrasch, dann herrasch, dann herrasch. Dann fang es. Dann fang es. Dann fang es. Dann nach der Schule hab ich ihm eine Zigarette von seiner Schachtel gegeben und er hat's nicht gerafft. Der war dann richtig beleidigt, wie er das gesehen hat. Und hat er die mittlerweile wieder zurück? Ja, ich hab's dann wiedergegeben dann. Das war richtig lustig. Was hat's dir da gemacht hinten, als er die Schultasse irgendwo reingesteckt hat? Ja, aber nee, der hat so einen Regenschutz. Und unten drin. Jetzt kann man halt drüberziehen. Wie... Wie viele Schritte könnt ihr nicht machen? Weil ich glaube, unsere Folge ist bald zu Ende, oder? 143. 248. Was? Ich angegrat. Weil ich auch... Ein Anton. Hallo? Man muss zu öffnen, dann kommt da... Die ganze Zeit nur ein Anton. Und ich krieg nur weibliche Ohrwei. Hat er so ein minderwertige Minder mit? Nein! Ka-ching! Hm... Hm... Bitte mein männliches Ohrwei, bitte. Mal sehen, ich muss mein Ladekabel nehmen und ich weiß ihn so. Ja, männliches Ohrwei. Fängt mit. Ich glaube, ich fang das männliche Ohrwei. Ey, wir überziehen vielleicht schon nochmal so. Ach egal. Weiß. Wion, gentleman, negro. Ja... Das THR, guck Du sind seine Leute. Wer das männliche ist, das fängt mit. Nö. Nö. Wie viel brauchen wir die Schritte denn? Jetzt aus schneller... Ich fahr Fahrrad. Jea... Vielleicht fichte ich einen Charonera Level 100. Mit dem Pokeball... Ey, Is Fгля разные Paca! Alles wieder schwer ist der noch. Paul Level 25 Oh nursing Ohrwei. Männlich? Weiblich? Männlich. Angst! schon zu spät aber ich glaube ich habe sogar ein männliches an meiner box jetzt wahrscheinlich extra vertrieben wegen die wie schaut das weibliche in die durino normalerweise aus lila pink nein das weibliche ist bläulich hat das auch blaue ohren oder männliche bläulich mit so blauen ohren ist es kein schein hier oder moment nee du bist du ja den pokedex nach so spät hoffe ich für euch das ist was ich schaue jetzt den pokedex durch lachen wir jetzt weiß ich auch wo sind denn die weiblichen das ist das mit den schaden jetzt so weggebrochen wir so weggebrochen dann lachen wir alle im paul aus ein blutzug was will ich denn mit einem schulenbruch zocken ich bin draußen ich auch gleich ja das ist ein olmod ein taurus hallo eine stunde die gibt es da drin auch ich will auch was cooles haben ich hab noch 18 Schritte da muss ich noch was cooles fangen zwei schritte es kommt kein Viech mehr man könnte sich eigentlich mitten in den Dinger einstellen, Lokduft einsetzen und dann weißt schon warten bis man Adon raus ist bei 1,0 Ding Dong ich bin draußen scheiße ich guck mal ob ich ein weibliches Ding hab ein männliches Ding für den Paul wo seid ihr? ich geh grad zum Poké Center ich fahr zum Poké Center ok dann machen wir vor dem Pokémon Center Schluss ja Moment so ja dann ein Dratini bravo ich hab auch Dratini ja ich hab tatsächlich ein männliches Paul ja das ist schön achja auf der Karte wir werden dann Rute 16 bis 18 auch gleich machen ja das ist schon Trainer sind auf Fahrradweg und blablabla beschlossen gewesen ähm Biber brauche ich das noch? man wir überziehen schon Niko ja ja ich tue jetzt jetzt Biber hat weg mein Gott aber wir gehen jetzt hier hin machen wir halt mal hier drin Schluss und bis zur nächsten Folge hau und rein schönen auf Wiedersehen Vielen Dank.